das muss ich auch immer festhalten das ist sehr wichtig wie russ ich so drücken aus, die scheißdinger ähm tue ich direkt für die Tränke ersetzen und dann das für das und das für da so, äh, kann man noch? Sattel, Lava, okay Bolzen fern gut das sieht doch schon mal schön aus also ich bin ehrlich, ich finde das Inventas irgendwie ein bisschen unübersichtlich ich weiß nicht, wie ihr das seht so aber, boah, ich finde das ist mal so unübersichtlich ein wenig auf jeden Fall kann man schon mal hier das Monsternest zerstören Kräuterkundler ich glaube das ist, äh, was Spezielles da geh ich gleich auch mal hin ähm ich glaube ich gehe erstmal hier lang und dann haben wir hier noch so ein Monsternest da tappen wir auch damals soweit ich weiß schon zerstört, aber, äh, ich kam da irgendwie, weiß nicht ich kam da nicht hin ich kam da nicht hin wie auch immer an, aber das war schon ein bisschen Aldi, ey nach was kann ich essen und nochmal, so ich hätte eh hunger wie ein Schwein so so, wie mache ich jetzt hier die Brand so, wie mache ich jetzt hier die ich muss es zerstören ah, okay mach das von alleine bü oh weg hier yeah ja gut das haben wir auch geschafft oh ich bin das so schwein haha oh oh yeah so, wohin gehen wir jetzt als nächstes ne, da lieber, wie gesagt, noch nicht hin so, dann reiten wir jetzt erstmal nach dort vorne hin hält trotzdem dein Schwert an der Hand so ganz hart ja das ist schon echt nice aus hier so haha ja weiterflug voll gut hier aah hoho ihr wollt nur mehr und dann kommt her ich mach euch alle fertig da war ein Quest gegenstand, oder? ich will fressen haben rot eine Jägerhose noch eine die kann man auch irgendwie dann verkaufen, oder? ich glaube ich muss sogar selber irgendwie verarbeiten verarbeiten harz hey rohes fleisch ich guck mal ob ich das da in Feuer irgendwie, ob ich das nutzen kann das Feuer ja sorry ich wollte sich nicht aus ha ausmachen ich wollte mal Fleisch da drin braten ok vor allem aber noch so ein paar Viecher, ne? ach diese abgauern die Angst gehabt denke ich mal ihr Feigenaffen hm versteckter Schatz aber ich hab grad auch irgendwie was gefunden was ich jetzt in meinem Inventar habe äh oh die Hose ist gut hm ich glaub du zieh dich jetzt mal an Ruhnstein ok ok wo kann ich die ne die kann ich nur wegwerfen sehe ich gerade ok 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 ich denk mal äh dass es auf der Karte markiert ist. Aber ich weiß es nicht. Hier sind viele Sachen, die man lesen kann. Oh! Ich glaube, die Bücher sollte ich mir echt mal durchlesen. Ich habe jetzt irgendwie was bekommen für und Leute, ihr werdet es halt nicht glauben. Ich habe ein Achievement bekommen. Oh! Ja, pack erstmal deine komische... Nein, nicht das Schwertling. Weißt du, deine Axt wegpacken? Ja. Oh, Alter, ihr. Alter, Affe! Wer will noch einen auf die Birne? Ach, der Hände da! Der sollte ausweichen. Naja, egal. Das hat sich jetzt erledigt. Rohes Fleisch. Aber ich glaube, der Geralt, der kann auch, glaube ich, rohes Fleisch fressen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß halt nicht mehr. Da könnte man in die Stadt hingehen, irgendwie, äh... das Essen irgendwie braten. Oh, das ist schon echt, ey, zu lange her. Und... Ich habe mich jetzt auch, wie gesagt, ehrlich gesagt, noch nie so intensiv mit dem Spiel befasst, sodass ich, äh... jetzt irgendeine Ahnung hätte. Das geht doch nicht. Oh, eine Kiste. Ach, das ist kurz abgeschlossen. Okay. Oh, Aldi, ey. Ah, komm, ich mache hier Feuer, damit du nicht so allein so... hier so im Dunkeln liegst. Ah, hinten, da war noch... Hm, langer Weg. What? Okay. Für so lange reisen bin ich langsam zu alt. Hier sind Drachen, kehre um. Ah, okay. Sorry, Spiel. Spiel. Ich wollte dich nicht verärgern. Aber da steht, hier sind Drachen, kehre um. Was ist, wenn ich die, äh... Wenn ich die Drachen besiegen möchte? Komm, jetzt. Ich reiß dir den Schädel ab. Ich reiß dir den Schädel ab. Easy. Ich klatsche euch alle um. Ihr alten Gurken. Okay, da tut ein bisschen owa. Haha. Ah, okay, du musst vertreibigen. Äh. Zauberer! Ich hab für den Kampf hier. Boah! Nein! Das! Ich glaub, das ist das. Haha! Du alten Affe! Alles okay mein Pferd? Ja, ne? Alles easy. Alter, wie viel Scheiß man hier aufheben kann, ey. Sorry, wenn ich jetzt grad das Wort Scheiße eben mitnehme, aber... Wasserflaschen... Alkohol! Kannst du ja... In der Kolonne saufen, ey. Oh. Huch! Ah, da sind Biene-Majas ganz viele. Ich glaub, die haben auch getootet. Äh. So. Brot. Oh, okay, ein Langschwert. So. 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 Abusz году, der kann nicht rote Fleisch frissen, ey. Aber gut, der ist auch irgendwie Coronapien, wie so eine Art... Masse hat nun mal so ein Vampir, ne? Ab aulaag Ursula von 1980